Jammomo Leute, euer Zero hier und einen wunderschönen guten Abend hier auf meinem Kanal. Ich hatte gestern für euch ein Voting gemacht und zwar konntet ihr entscheiden, ob wir einen neuen Speicher für 7 Days to Die anfangen, ob wir Miss Survival weiterzocken am 16 Uhr oder ob wir für 16 Uhr ein neues Spiel abstimmen. Und ihr habt euch dafür entschieden ein neues Spiel abzustimmen, das heißt jetzt geht's in die nächste Runde und ihr könnt mir jetzt Spiele unten in die Beschreibung schreiben, die ihr gerne bei mir sehen möchtet. Es wird aber nur bis zum 30. November 2018, muss ich dazu sagen. Das ist ein Freitag, bis dahin soll quasi das nächste Spiel laufen. Und ihr könnt jetzt entscheiden, welches Spiel das sein wird. Schreibt es einfach unten in die Kommentare, es ist alles möglich. DS, Switch, Playstation, Xbox, VR. Ihr habt die große Auswahl, etwas auszusuchen, wo ihr gerne mich drin sehen würdet, was ich spiele. Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Und morgen kommt dann das Video, da suche ich mir 5 Spiele von euren Spielen raus und dann könnt ihr eins von diesen 5 wählen. Das heißt, unten in die Kommentare schreiben, bis morgen warten, voten und dann kommt übermorgen das Spiel schon. So, haut rein, ciao! So, ciao! So, ciao! Vielen Dank.